und abend da bin ich wieder mit den zwei letzten personen aus the walking dead 400 days zwei sind übrig schauen wir mal was denen so passiert ist die anderen drei waren ein bisschen hit and miss wie ich fand so die erste der asiate im fängnisbus war nicht ganz gut die zwei anderen fand ich dann doch schon wieder sehr gut mal sehen was russle so erlebt ich bin gespannt oh er ist alleine tag 184 hängt schon mal interessant an denn eher selten dass da jemand alleine unterwegs ist was haben wir im so viele dosen ja naja gut aber man muss ja doch gut ausgerüstet hingehen nein der ton funktioniert sehr schön er ist noch sehr jung aber stecken bleibt ja er hat mich schon gesehen ich bleibe hier du hast dich behauptet ich kann nicht irgendwo mitfahren irgendwas kommt nicht vollkommen hau ich ab ich kann nicht mitfahren ha 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 fuck you hai ha ah arschgeige ja komische gang oder an alleine ist ich bin in keiner gang er sieht nicht so aus es wäre eine gang oder ja du wirst dich gerne selbst reden kannst du mich nach stadt ja ich würde ja mitfahren stageborough sagt mir das was aus kommt mir bekannt vor ich weiß nicht ob aus der serie aus den comics oder aus den spielen doch klar das ist doch die stadt wo sie hier in den regulären episoden in wollen ja es geht jetzt gut danke das war auch mal für gerade straßen sind erstaunlich kann man nicht einfach nur fahren ist er für ein freak er guckt schon so strange bloß nicht einschlafen ja wo komme ich denn her sieben und was passierte hat sie abgemorchst ja das blöde wird nur sein die werden nicht mehr leben was hat er denn die ganze zeit mit den frauen scheiß drauf geht denn jetzt ab ja klasse ja na klar du dummer arsch alter schwede was sind das für ein penner oh man was ein wichser das war vielleicht nicht die schlauste entscheidung von dir mir die knarre zu geben hier sieht es war noch recht ruhig aus ne neun neun dummer junge ich verziehe ich verziehe mich what the fuck alter schwede wo schießt denn der neun 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 Ein Fenster rechts. Super, ja, muss ich ja die Arbeit machen, oder was, du Penner? Ich setze mich hier der Gefahr aus. Ich muss wahrscheinlich auch alleine schieben, oder, du dummes Arschloch? Ja, super, das waren Reifen. Ja, genau. Ja, super, das war's. Ja, nix ist hier mehr. Ja, weil hier auch so viel Deckung ist, ne? Ja, kein Problem, das schaffen wir nicht. Willst du mir Deckung geben? Das Auto ist 50 Meter weit weg, oder wie viel? Ne, ich gebe dir Deckung. Reed hat deine Entscheidung bemerkt, ja, das nehme ich immer an, das er die bemerkt hat, ne? Ready? Yeah. You ready, Russ? Cover my ass, yeah. Zieh gegen Nate, zieh auf den Scharfschützen. Eigentlich hätte ich auch gegen ihn, ne? Der dumme Penner, aber... Ich bin ja nicht so ein Arschloch. What the fuck? Ich hab doch... Ich hab doch geschossen auf diesen dummen Penner. Fuck it, ey, das war ziemlich dumm wahrscheinlich. Nicht mal meins, hab ich nämlich keinen. Das waren drei Schüsse. Kacke. Schieß! Du zum Arsch! Oh, alter. Bitte! Oh, fuck you, ey, ich hasse dich. Oh, ich hasse dich, RÖINNN! Neein! Alter Schwede. You're fucking crazy, man. We got more work to do. Let's see if we can get in around back and sneak up on this asshole. Follow me. So dumme Banner. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, relax, man. When this is over, we're gonna take him down to your house and then go home to people, right? Come on. That's clear. Keep your head down and follow me. You got it? Yeah, go ahead. Go ahead, die. Stop. I'm not afraid. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. Did you hear me? Not a fucking beep. Let's go. Okay, go. Let's go. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. I don't know. I think I saw a guy. No shit. Grab him. I'll cover you. Oh, I sneak up. Just tell me to grab him. Your goal. Hey guys. Pop. Oh. 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 Was denn Monster? Was für eine Maske? Was? Wie ein Abbruch? Ist er weggekommen? Maske? Maske? Fuck it, ey. Der war schon mal hier, oder? Oh, ich ahne es. Ja, komm, oder? Den Opa muss man doch jetzt nicht killen, oder? Alter, dieser Blick! Gehen ab! Werde wütend und geh weg! Ich hab genug, tschüss! Das ist alles, Mann! Ich weiß nicht dich, und ich will nicht. Kannst du nicht eine verdammte Lade? Verdammte deine Lade! Entschuldigung, ich bin weg! Komm schon! Können wir noch immer Freunde sein? Nee, verga auf, du Penner! Du hast nicht die Stirn geboten und bist gegangen! Ja, toll! Jetzt killt er die, oder? Ja! Ja, was hätte ich denn machen sollen, ey? Und jetzt mal was! Wir müssen uns gleich mal! Ja! Und dann, mal Watke? Das sind die Frise! Ja! Ja! Ja, wenn ich wütend geworden wäre, hätte ich ihn dann umgeboxt! wäre ich auch einfach nur gegangen man das ist schon ganz schön arschlochig ist gleich